Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück hier in Breakwaters. Hallo. Moin moin. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, an der zweiten Runde hier in... genau. Vergessen. Robert. In was jetzt? Im Spiel, natürlich. Aha. Blödes Inventar, warum bist du immer voll? Ja, wenn du einem dasselbe sammelst, was du schon drin hast, dann kannst du da noch aufnehmen, ne? Nur was Neues geht dann halt nicht. Ja, aber... ist echt blöd. Wo seid denn ihr gerade? Seid ihr bei einem Typen? Äh, ich ja. Ich noch nicht, ich sammle gerade Gras. Du sammelst noch Gras, dann warte mal noch kurz. Wo ist dieser Typ da hinten? Dann sammle ich auch nochmal Gras. Es sieht aus wie Braut und Rüben, wisst du das eigentlich? Das war Strider. Wo ist denn mein Hut jetzt? Den hab ich. Ne, ich hab einen neuen gebaut. Du baust einen neuen, wenn ich deinen eingepackt hab. Das ist ein Beet. Haben dir doch vorhin gesagt, du hast deinen Hut. Ja. Du hast gesagt, nö, nö, du hast deinen Hut. Ja, ne, ich hatte ja gar keinen gebaut gehabt, das... Nee, du... Komm, ich hab einen. Ja, aber ich hab den ja hier. Ich hab den nur auf der Bergbahn liegen lassen, weil ich verliebt hab. Ich bin jetzt bei dem Mann. Ich hoffe, dass ich genug Gras hab. Okay, okay. Ich komm. Wieso brauchst du jetzt Gras für den Mann? Ne. Ich hab gesammelt, weil ich was anderes bauen wollte. Ich will die stechen. Die, diese Tasche. Die Tasche hab ich schon. Gott, mein Typ sagt, so hungry. Ja, dass wir bald mal Lagerfeuer machen dürfen. So, dann können wir mit dem reden, oder? Ja. Oh nein, wir brauchen zwei. Ich hab nur eine. Oh Gott. Ich bin gleich da. Haben wir beide nur eine gemacht? Ja, natürlich. Alle nur eine. Ah, wir sind Affen. Guck mal. Guck mal Escape. Hm. Guck mal, die Windows-Taste. Hier wieder. Deine Maus gelassen. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß bloß, dass die Flut kommt. Aber ich hab keine... Ja, ich geh jetzt wieder auf und dann klappt gleich an. Maus. Meine Maus ist weg. Ich hab nur gelesen, was der gesagt hat. Dann wollte ich No drücken und jetzt geht gar nichts mehr. Ja, warum sagst du auch Nein zu ihm, Melle? Ja, ich hab auch nur so ein gelbes Teil gemacht. Eins. Dann müssen wir alle nochmal eins machen. Oh. Ich muss grad essen. Ich muss irgendwo Beeren finden oder sowas. Und Beeren hat's ja hier noch. Guck hier. Guck mal her. Mein Inventar ist voll. Also rohes Fleisch hab ich zur Genüge. Ja. Also bei mir legen hier zwei Beeren rum. Na, isst du die, lieber Ma. Und nur rot. Kann ich nicht, weil mein Inventar ist voll. Schmeiß kurz was anderes weg. Oh, es gibt ja auch Glühbeeren. Mhm. Okay. So, Kristallscherben. So, jetzt muss ich natürlich... Okay, zwei Scherben hatte ich schon. Jippie. In der Nacht sind das von den Kristallen echt schön. Da siehst du sie richtig gut. Das stimmt. Aber ich find, das sieht man trotzdem sehr gut eigentlich mit denen, ähm... Dass die Wellen so weggehen. Das... Was ist jetzt dein Problem? Was ist jetzt dein Problem? Was fehlt dir denn? Was fehlt dir denn? Oh, shit. Was hab ich denn hier gefunden? Eine Ruhe. Äh, da sind manchmal so... So... 38 Scherben. So, wo so... Alle Glowscherben? Ja, die sind Yellow-Scherben. Oh cool, dann baue ich keine mehr ab. Du teilst die ja mit uns. Hab ich gehört was? Ja, ja, ja. Ich hab alle. Siehst du? Ich hab's ja. Schreiter hat's. Geil. Das war ein anstrengender Abbau, sag ich dir. Ja. Hast du dich richtig reinknieren müssen, Lasse? Okay. So, mal herstellen. So, ich leg jetzt mal die Scherben... Wir haben... Wie viel brauchst du das? Gar keine, ne? Ich hab noch gar keine. Ich hab auch keine. Ach. Hab ich? Also ich bin jetzt halt nicht losgelaufen. Ich versuch jetzt grad noch... ...ein paar Bären einzusammeln... ...und ein paar Stöcker. Ja. Welche Teile einfach nochmal machen? Genau. Für Imt lebe ich hier auch mal 8 Stück hin. 5. Wieättest du, Spimmer? Ach, ich brauche eine leere Flasche noch. So, wir haben... Man muss sich wieder am Strand graben. Br Found. Ähm... ...als du den Rucksack gep49t hast... ... videm alten Rucksängen lassen die Sachen. Genau, den schmeißen wir runter. Dann öffnen ihn mal. Wir schaffen euch einen Stock. Nee. Wo ist dein Liff? Ich hatte nur eine einzige und die habe ich ja für das eine Ding gebraucht. Ich hatte zwei. Er hebt mir immer bloß das doofe Ding auf. Ja, der ist jetzt mal drin. Du musst die irgendwo anders rausgeschmissen haben. Keine Flaschen wegwünschen, die hat er doch nur eine. Unterhalb von den Crafting Benches, da liegen Flaschen am Strand. Ich habe neulich doch welche ausgegangen. Ja, diese Empty Bottle. Warte. In einer war aber vorher noch irgendwie so eine Nachricht drin oder sowas. Warte mal. Ja, da ist eine Notiz. Feiner Sand, feiner Sand, feiner Sand, feiner Sand. Die nimmt ja immer in die Hand die Flasche. Na, dann geh erstmal weg. Erstmal weg. Ich brauche erstmal den Platz. Das ist gerade mein Problem. Ich habe irgendwie zu viel von allem. Kannst du noch nicht alles sammeln. Nee. Ich weiß, was du meinst. Irgendwie, da ist ne Flasche. Aber die Flasche nimmt bloß in die Hand, sagst du. Genau, weil da irgendwie ne Notiz drin ist und das lässt sich irgendwie nicht öffnen. Also ich weiß noch nicht wie. Ich glaube, um bloß noch mal ein paar Flaschen ausbuddeln. Der ist der einzige in der Schaufel. Äh, ich kämpfe gerade noch mit dem... Achso, ja, den Duddel macht. Oder irgendwo... Flasche ist. Äh, wo ist jetzt meine... Ach, da. Ach man, mit dem Inventar komme ich noch nicht so ganz klar. Jetzt. Hier sind deine Kristalle liegen noch rum. Ja, ich komme nicht klar, warte. Achso, das... Ja, ich bin auch noch nicht fit in dem Spiel jetzt hier. Ah ja, nach 50 Folgen haben wir es geschafft. Da kommen nur so Erdklumpen da raus, klar. So, ich flitz mal nochmal auf die andere Insel. Ich brauche nämlich noch ein paar Stöcke. Dann mache ich mir nämlich gleich den richtigen... Rucksack da. Warte, 60 Seegras? Ja, aber du musst die Kleine davor machen. Ich habe nämlich jetzt gerade auch eingesammelt gehabt alles. Für die Große. Da habe ich nicht so viel, ne? Wir hängen wahrscheinlich ewig hier auf der Insel. Weil ich es nicht schaffe, das Tutorial fertig zu kriegen. Wir. Oh, Tasche. Wir können sie nicht nehmen, weil zu voll. Schmeiß irgendwas anderes weg. Zu voll. Die halbe Insel ist schon weggeholzt. Nur umgebuddelt. Oh, ich habe gerade irgendwie Punkte gekriegt für irgendwas. Eine Note-Bottle. Das ist keine leere Flasche. Kannst du... Die Note kannst du nicht rausnehmen, ne? Weiß nicht wie. Oh, Note-Bottle. Versiegelte Schatzkarte. Machen wir einen Rechtsklick auf die Note-Bottle. Der nimmt das in die Hand. Ach so. Ah, jetzt ist sie leer. Ich habe sie auf den Boden geschmissen. Okay. Und dann habe ich sie nochmal und jetzt ist sie leer. Okay. Okay. Ich habe zwei von diesen gelben Dingern. Okay. Und ich komme gerade zu weg. Bank zurück. Oh, Scheiße, hier sieht aus wie Kraut und Rügen. Nicht falsch. Guck dir die andere Insel nicht an, die ist genauso inzwischen. Hi. Mast und Food. Ja. Ich glaube, wir sind auch nicht lange auf dieser Insel. Ich glaube, wenn wir das geschafft haben, das Tutorial, dann gehen wir auf die richtige Insel und die können wir dann richtig niederwetzeln. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir nicht unser Zeug immer alles neben die Werkbänke werfen. Mhm. Ja. Die Werkbank anpacken. Und dann liegt hier alles blöd blöd rum und oben drauf. Und wenn es oben drauf ist, kriegst du es nicht mehr runter. Mhm. So, also ich habe auch so ein Ding jetzt, so eine zweite. Kann ich einfach rohen Fisch essen? Warte mal. Habe ich auch schon probiert. Ah, geht nicht. Ja, isst doch die Beeren. Ja, ich versuche gerade Platz zu machen. Wenn ich noch zwei Kokosnüsse hätte, könnte ich mir jetzt sogar einen Brustpanzer bauen. Den machst du aus Kokosnüssen. Zwei Kokosnüsse bräuchte ich. Also das ist wirklich dann ein wortwörtlicher Brustpanzer, die zwei Kokosnüsse, oder? Nee, ich brauche auch ein Ding dazu. Ähm, die Knochen. Die kannst du ausgraben. Mhm. 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 Eine Kokosnüsse. Oh, hier auf der anderen Seite. Also an Fleisch. Ich würde es dir einmal nicht mehr erkennen, ne? Nee. Die ganze Insel ist voller Fleisch. Oh, da ist ein Typ, der schießt mit einem Bogen auf mich. Warum? Achst du wieder. Ja, ich bin, ich habe gar nicht, ich bin ihm nur zu nahe gekommen, glaube ich. Was will der eigentlich von mir? Das kann ich mit ihm auch machen. Was haben wir so gut gemacht? Ein bisschen was zu fressen, während ihr da zugange seid. Hast du jetzt die zweite Flasche hergestellt? Ja. Ja, haben wir schon. Also kann man die Quests abgeben? Ja. Zuhut. Haben wir das vorher schon gesagt. Kind der Liebe. Mhm. Ich bin natürlich auch schon bei ihm. Ach, ja. Hm. Ich glaube, der erste Tote ist bestimmt der Imp wieder. Was soll das jetzt heißen? Du legst dich immer bei den Leuten an. Ja, komm. Ich, woher soll ich denn wissen, dass wenn ich auf dem sein Insel gehe, dass der anfängt mit dem Pfeil auf mich zu schießen? Außerdem ist er jetzt der Tote, nicht ich. Meine Insel, du kommst jetzt rein. Gesichtskrolle. Also er hat jetzt mit seinem Leben dafür gezahlt. Hätte er mit mir geredet, dann wäre das nicht passiert. Weißt du? Du bist selber schuldig. Mhm. So. Ihr seid ja eben schneller als ich. Kann ich jetzt mit ihm reden? Nö. Ja. Warum kann ich die... Voll ulkig. Ich kann ihm nur mit Nein antworten. Okay. Ähm. Bei mir war ja. Hey, aber ich habe doch zwei Stücke. Okay. Hey, wieso habe ich nur einen? Hast du denn schon den anderen hergestellt? Ja, oder? Ja. Oh, lass mich raten. Den habe ich irgendwann irgendwo fallen lassen. Weil ich keinen Platz im Innen noch kommen. Oh, scheiße. Ich war mir sicher, dass ich den hatte. Aber ich habe eine Vermutung, wo er ist. In meiner Pouch. Nee, doch nicht. Also wir müssen darauf achten, bevor wir den Rucksack wechseln, zuerst mal leeren. Ja, definitiv. Wieder leer? Erfolge, meine ich. So, ich brauche jetzt mal eine Schaufel. Ja. Du hast von ihm ja auch eine Karte bekommen, ne? Äh, nö. Wo? Sie nicht wieder angesprochen gehabt. Muss ich den nochmal ansprechen? Ja. Wo ist der jetzt? Der ist immer noch da hinten. Aber jetzt mache ich mir erst mal eine Schaufel. Okay. Mann. Eine Schaufel habe ich. Ist okay. Aber die Kristalle seht ihr hier nirgends mehr, oder? Äh, Schatzi, hier. Aber ich habe noch. Ich habe noch. Ah. Okay. Dann, warte, ich schmeiße die raus. Es will was rauslos werden. Dann esse ich jetzt was. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ähm. 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 Ähm, ähm, ähm. Geschmissen. Oh, und jetzt würde ich auch noch. Das gibt's nicht. Nimm die Kappe weg. Da vorne liegt meine Aktion. Ach so, scheiße, ja, ich habe die Schaufel schon, danke. Der hat ja die Schaufel gegeben. Ja, die hat er mir ja geschenkt, stimmt. Ach, da hätte ich hier gar nicht mehr was sagen. Wo ist meine Schaufel? Ah, ich habe meinen Saft gefunden von vorhin. Mein Kristall hier. Geh mir aus dem Weg, die Kappe jagt mich. Jetzt muss ich erstmal das. Kappe ist tot. Ja, ich will, ich will meine. Das muss da hin. Das muss da hin. Meine Güte. Schwere Geburt. Da ist das X. Okay. Wo ist jetzt die blöde Karte? Die hatte ich jetzt nicht aufmachen können, weil mein Inventar voll war. Äh, hier liegt noch deine. Meine Sand, nein. Ich will meine Karte. Wo ist die jetzt? Äh, also ich darf. Not noch drei. Ich habe auch nochmal. Ja, ich habe sie. Haben wir alle die gleiche? Das weiß ich nicht. Ich habe nämlich vier Stück. Komischerweise. Ähm, wie oft hast du den jetzt angequatscht? Einmal eigentlich nur. Ich habe auch eine zweite Anfrage. Und wie kann ich die jetzt einsehen? Ja, rechtsklick. Ah ja, sie hat genau an demselben Punkt wie ich auch den Schatz. Ja, das ist hier in diesem, in diesem Wasserbecken. Das ist ein Wasserbecken. Genau. Also müssen wir das Wasserbecken wahrscheinlich mit den... Kristallen. ...Flaschen. Ja, hier ist so ein Wasserbecken, Melli. Ach, da. Genau. Es ist mal eine Schaufel unter die Erde gegangen, oder was? Ja. Ich habe jetzt hier mal meine zwei Flaschen hingeschmissen. Jetzt ist hier kein Wasser mehr. Wasserbecken. Okay. Oh, okay. Dann buddeln wir. Zu denn. Anders reicht es, dass nur einer. Okay. Ist es bei dir jetzt auch rausgekommen? Ja, hier ist... Ich habe einen Relikt gefunden. Okay, dann musst du auch machen. Hier ist Schreiter. Ach, da hinten sind Spinnen. Ah, schon wieder. Oh Gott, hier ist alles voll mit Spinnen. Vorsicht, da kommen gerade ganz viele Spinnen. Wo denn? Außerhalb von der Mauer. Ja. Und Relikt. Habe ich... Die machen kein Geräusch. Doch, die quietschen. Bei mir nicht. Was hast du jetzt tot? Warum kam da jetzt eine Welle auf mich? Toll. Chaos. Bei mir kam nur eine Spinne und dann... Bei mir kam eine riesen Welle und ich war platt. Ich war auch einfach weg dann. Also ich war zwar im Kampf, aber ich hatte noch Leben davon. Hi, Kosta. Ja. Nimm mal deine Axten da weg. Das ist aber schlecht. Warte mal. Okay, weißt du, die zwei gelben Dinger habe ich noch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine verbraucht. Leer. Leer. Okay, da habe ich meine Axt wieder. Da schwimmt die Map. Da schwimmt die Map. Jetzt, ich habe sie. Einsammeln. Okay. Aber warum sind wir jetzt alle gestorben? Weiß ich nicht. Aber wir sind alle gestorben, ne? Ja, ja. Alle. Komplett. Wo ist das Becken hin? Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich aus dem Becken vielleicht rauskommen sollen. Das Becken ist auf der anderen Insel. Stimmt, ja. Schwede. Also da sind immer noch diese Spinnen. Ich habe eine zweite Schaufel. Wem gehörten die denn? Das war eigentlich mir. Ich habe keine mehr. Da. Dann nehmen wir auch hier gleich die Tasche dazu. Meine Axt fehlt zum Beispiel auch. Ah, ne. Die habe ich in der Hand. Hä? Ich habe doch so einen Rucksack. Achso, dann brauchst du den ja nicht. Kannst fallen lassen. Hinter euch hast du eine Spinne. Ja, da kommen sie. Aber bei mir machen die immer noch kein Geräusch. Doch, die quietschen. Okay, das. Hörst du das, Strider? Was? Hörst du die quietschen? Warum höre ich die nicht? Soundeffekte habe ich doch an. Okay, also ich bin jetzt gespannt, ob wir die Quest abgeben können, weil ich habe jetzt kein... Achso, Titan. Quest-Titan-Relikt. Da sind die. Ich habe welche vorher gefunden, aber dadurch, dass wir gestorben sind... Ich habe drei Stück. Ah, drei Stück. Drei habe ich. Quest-Items. Und extra Slots irgendwie. Brauchen wir jetzt nochmal welche? Ich glaube nicht. Ich gebe die jetzt mal ab. Also ich werde das auch mal abgeben. Das ist schon geil. Aber warum höre ich die Spinnen nicht? Ich höre die Wellen und so. Ich höre mich auch nicht mehr hüpfen. Okay. Dann hast du wohl einen kleinen Soundbug. Vermutlich. Ich höre mich auch nicht mehr. Ich höre mich auch nicht mehr. Ich höre mich auch nicht mehr. Ich kann sie hier fast nicht rennen. Gefunden. Ach, der Titan hat uns attackiert. Achso. Okay. Okay, wir sollen jetzt eine Fackel machen. Ja. Ich gebe dir einen Wurf, wie du eine Fackel bauen kannst. Okay. Boat Flair. What the fuck, okay. Oh, Feierquallen. Feierquallen. Und gelbe Scherben. Habt ihr den jetzt nochmal angequatscht oder was? Ja. Ja, Mario. Ich höre bei mir auch die Wellen, aber ich höre keine. Ich höre die Spinnen nicht. Ich höre mich nicht mehr selber hüpfen. Die anderen Geräusche fehlen. Die Effekte. Jetzt wird es nicht gecheckt. Was müssen wir jetzt machen? Ähm, die Feuerquallen müssen wir jetzt suchen. Das ist jetzt diese Boat Flair. Okay. Du brauchst jetzt noch die Feuerquallen. Zwei Stück. Zwei Stück. Die habe ich vorher gesehen. Wo war'n das? In unserem eiligen Wasserfall, oder? Ja, aber ich habe vorher welche Schau entdeckt gehabt. Ah, hier in der Mitte. Ah. Hallo. Oder? Ah, ne, das ist ein roter. Ah. So. Das sind nicht die richtigen. Ah, da ist eine. Neben dir. Auf dem Felsen. Bei dem Fisch, äh, bei dem Schiff. Da. Guck mal hier. Ach, das sind die Dinger. Alles klar. Stimmt. Okay, eine Feuerqualle habe ich. Da ist eine Schatzkiste. Da ist noch eine. Ja. Machst du die hier? Dann hole ich die andere. Nee. Die Armeion. Ach nee, das hat so schön geleuchtet von Weitem. Okay, also wir brauchen insgesamt dann sechs Stück, ne? Für einen. Äh, in der Kiste war nichts drin. Ähm, die habe ich geöffnet. Da waren 15 Fallscher wieder. Ach so. Ja, bei mir auch. Ah, hier habe ich ein paar von den roten Dingern. Ja, die brauche ich. Äh, Krabbel. Ähm. Nein, das ist Krabbel, nicht Imp. Nein. Wo ich gerade war. Hö, 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 hö. Hallö. Wo ist Imp? Da hinten. Imp ist unter Wasser. Und da hat es die komischen Korallen. Äh, jetzt nicht mehr. Eine Koralle habe ich. Ich habe drei. Ich habe noch gar keine. Und jetzt vier. Da fehlen noch zwei Stück. Genau. Haben wir denn auch genug Kristallscherben dafür? Ich habe gerade 15 Stück eingesammelt. Äh, ich habe 26 Kristallscherben. Ach so, halt. Ne, mach mal lieber auf dem Strand. Nicht im Wasser. Schwimm, Baby, schwimm. Hm, oh ja. Hm, ja. Komm her. Dann kriegst du hier die eine und die Scherbe da nochmal. Ja, ach so, jetzt bist du ja hintrigernd. Da. Was brauchst du jetzt und was brauche ich? Äh. Ich brauche gar nichts. Ich muss das einfach aufheben. Genau. Ah, Inventar. Was schweißt du noch aus? Ja. Damit. Er hebt doch das Ding einfach auf. Was ist denn jetzt dein Problem? Ah, da ist eine rote, oder? Nee, Mist. Also diese Feuerkorallen sind aber nicht gerade oft da, oder? Ich bin blind. Ich glaube, die sind nicht so häufig. Und jetzt ist gerade auch wieder Flut. Also von diesen Scherben habe ich 21 insgesamt. Das ist gerade. Du brauchst aber noch eine rote Koralle. Ja. Genau. Also ich noch eine, Melle noch eine. Ich habe mein Zeug. Also ich habe schon, die Flair habe ich schon. Da hinten sind welche. Nee, das ist nicht die Rote. Nee, guck hier. Komm mit, Hase. Wo bist du? Da. Seh dich. Ich habe gerade so eine Stelle gefunden, wo man einen Händler rufen kann. Ah, da. Glaub ich zumindest. So, okay. Haben wir jetzt alles? Ja. Ich habe es mir gecraftet. Achso, das muss ich noch machen. Ja. Okay, die Fakke zünden wir aber in der nächsten Folge, ne? Äh, ja, definitiv. Nicht aufheben, nicht aufheben. Ja, ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.